68 prozent von euch sind keine abonnenten bei mir da würde ich mich wirklich sehr sehr freuen wenn ich mich abonnieren würde das würde mir helfen und da hätte ich natürlich auch viel mehr was sie dann leuten präsentieren kann sage ich mal und ja sehen uns dann einfach beim nächsten video wieder oder beim nächsten live morgen lade ich vielleicht ein neues video hoch wir sehen uns dann beim nächsten mal haut rein und vergesst es nicht zu abonnieren